Ihr krassen Boys, jetzt wird wieder los, geteamrankt. Ja, dabei sind eigentlich fast die gleichen wie immer. Schantaus wieder da aus seiner, keine Ahnung, Abstinenzpause. Jedenfalls haben wir hier Evan und Laura und Perfect Bot. Ihr krassen Boys. Und wir sind natürlich auf dem neuen Patch 5.5. Also, wie man sieht, man sieht's an den Tanks. Man hat etwa mehr Spaß im Jungle als Tank. Etwas. Noll, die Maps sieht anders aus. Haben sie die gereworked? Hier haben die was gereworked. Der Drache, musst du dir angucken. Der sieht neu aus. Oder hier. Hier ist doch einfach. Wir haben doch besprochen, dass wir an einem anderen Bus stehen. Laura, chill doch. Ja, direkt. Nein, meine, mit deinen Förster. Na gut, ne? Nee, das ist der Jungle. Oh. Laura, Laura, die reitet sich richtig hoch an diesen einem, an diesen einem Call, den der Satan mal irgendwann gemacht hat, ey. Ja. Richtig gut. Ich versuche das zu lernen und mich dann auch zu halten, was die verfahrenen Super-Spieler mir erklären. Wenn du nicht auf die Calls hörst, ja, dann bist du Mensch. Ja, ich weiß. Oh, Entschuldigung. Aber kann Dexio denn Botlane? Wobei ist ja eigentlich egal, ne? Gras gibt's ja auf jeder Lane. Ja. Na besonders viel. Ich hab aber nicht geflasht. Hat für sinnlos erachtet. Haben die irgendwas benutzt, Ignite oder so? Äh, boah, darauf hab ich nicht egal. Ich glaub, Ignite nicht. Die haben einfach nur mich gegrabt und mich zerfickt. Laura, wollen wir dem, äh, Dingsmann? Ne, lass mal nicht, ne, ne, lass mal nicht. Ich kann dir helfen. Du hast zwei Mana-Pots mit. Warum kann man mit dem W gestartet? Ja. Ja, hat er. Ja, ja, hat er. Mit dem W. Kann er nicht mal ein Camp machen? Ne. Sonst startet man doch mit dem E auch, oder? Ich hab noch mal Q ein. Mit dem Q geht's wahrscheinlich auch. Danke. Mit dem Q geht's auch, ne? Ah, ne, mit dem E doch, mit dem W. Na, der E funktioniert, aber der Q sollte eigentlich auch funktionieren, als Martha. Was ich gesehen habe, dieses Cinderhulk-Item macht ja irgendwie auch mehr Schaden an Vasallen, ne? Ja, doppelt so viel. Wie an, äh, Champions World Cup Humans sagen. Echt, Humans gegen Rampers? Man könnte meinen, du hast gerade Noskov gespielt, das ist ja unlosig. Da spiel ich aber eigentlich nie. Keine Ahnung. Das ist total komisch, ich weiß auch nicht. Der hat acht ade da bei der Typ, ne? Der hat ziemlich aggressiv wohnen. Wir haben einen Jack, einen Zack-Jungle, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hm, der hat ja auch jetzt nen Buff bekommen, ne? Jo. Bin mal gespannt, wie stark der jetzt ist. Könnte auch übelst gut sein. Naja, ich glaube auch. Kann mir auch. Hex wird gemeint, dass es vielleicht gar nicht so viel ausmacht, aber ich glaube auch die halbe Sekunde Knockback mehr. Das ist ja schon eine Menge. Ist schon viel, der Spell ist sowieso schon übelst gut gewesen in der Queue. Ja, weil du den eh auch noch maxst, ne? Und ich, äh, mein Deck cooler wird dadurch geringer, die Range wird höher. Und jetzt auch noch der Knockback länger. Ist schon ziemlich sick. Ich finde das eh generell geil, wenn es mehr Tanks gibt. Der ist in deinem Mitte. Achso, du hast. Okay. Ich dachte du hättest, äh, die Fürze geskillt, aber. Ähm, wo ist der hingelaufen, Avenue? Nach oben. Auf der Seite. Mhm. Es wird wahrscheinlich schwierig, die zu beinden. Weil sie jetzt wahrscheinlich erst verschüttert. Aber wir können es theoretisch nochmal versuchen. Ich hab noch meine Traps. Wie der mit dem? Oh, ist hier schon Level 4? Hat er so viel in der Mediketext? Nee, eigentlich nicht. Weiß ich halt nicht. Weiß ich halt nicht, wenn er halt ewig lang an der Wand gestanden hat. Schon mal. Ist das ein Wort? Ich bin bort. Ja, ich geh rein, ich geh rein. Ich geh rein. Dio muss flaschen. Wechsel auf Flash. Boah, gar keiner flasht für den. Hab ich einen Slot noch? Na, geht nicht. Passt schon. Schade. Schade, schade, schade. Wir können nochmal turnen. Ich hab in sieben Sekunden wieder Traps. Fünf Sekunden. Weiß nicht, wollen wir noch was machen? Ich hab noch Heal. Sechs um. Okay. Scheiß, ich bin tot. Nein. Wobei. Ich komm da mal rumgelaufen. Ich wäre da. Nice. Schönes Binding. Schönes Binding. Gut, überdreiß nicht. Überdreiß nicht. Überdreiß nicht. Nice. Ich hab noch Heal ab. Deswegen hab ich's gemacht. Schönes Binding, Laura. Na ja, wenn ich ehrlich bin, hab ich auf den anderen gezielt. Ist doch egal. Hauptsache, was jemand gekommen ist. Muss auch keiner wissen. Woll grad sagen, jetzt hast du dich ja verraten, Laura. Oh, echt. Jetzt können wir dich flamen. Repp. Mein Popo. Da sieht man gleich mal. Repp dein Popo? Mhm. Sehr interessant. Können wir noch ein bisschen hierbleiben, Laura? Ja, Q ist gut. Eins von eins. Um 6 war immer noch Topzeit gewesen. Keine Ahnung, ob der immer noch kommt. Der war irgendwie hier. Ja, der hat mir in den Jungle gelegt und ist dann hier so rausgerannt. Ich würd gern noch ein bisschen bleiben, Laura. Mir fehlt halt nicht mehr viel. For life. Ja, mir fehlt halt nicht mehr viel wegen BF. Habt du einen Ort für Tim Lever? Ja, hab ich. Ich glaub, die pushen uns sowieso grad rein. Das ist ganz gut. Sind wir mal ein bisschen safe am Tower. Ich glaub auch nicht, dass wir am Tower so viel Angst haben müssen vor Sec. Kannst den Hit auf die Minions machen? Das werden wir mal angewöhnen. Die Rangecaster, die... Ja, ich hab grad halt selber geschaut, dass ich meine Stacker brauche. Ich darf grad auf die Board lanen. Duplin ist miss. Duplin ist miss. Wir haben noch keine Wards. Duplin kann tp'n. Kannst du go machen. Duplin ist bitte. Pass auf. Oh, kein Flash. Oh, 6 Bot. Aber den Flash kriegt man noch. Renn, 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 renn. Komm noch weg. Flash einfach raus. Nice, nice, nice. Schade, Laura haben wir verloren. Da war er schon. Ich bin noch da. Okay. Deck charged, Vorsicht. Alter. Okay, das war zum... Das hab ich nicht gesehen. Sorry. Ich wusste... Ich hätte nicht gedacht, dass der von hier bis hier chargen kann. Holy shit. Gut, ich hab meinen BF. Ich glaub, die Gegendgrad weg. Naja. Ziemlich dummer Tod. Ich hab ihn jetzt wieder tot. Haha, was ist denn da los? Maukei. Maukei war mit der. Achso, okay. Dieser Maukei. Sag mal, das Item ist auch ziemlich günstig, Kanad. Dieses Cinder Hulk? Oder Bami's Cinder? Was? Bami's Cinder kostet 1000? No. What? Holy shit. Das ist ja gar nicht mal so günstig. Ich kann mir vorstellen, gerade mit Champions wie Amumu ist das doch richtig geil. Das hat Hass hat eh das Wein da die ganze Zeit an oder auch Sejuani, du hast ja auch den permanent NW. Ist ja nochmal ein zusätzlichen Clear Speed da. Ja. Seht geil. So, das ist nicht ohne. Joa, ich könnte zum Blue-Buff kommen, wenn du willst. Sechs Meter. Ich könnte ihn auch counter ganken, wenn du willst. Ne. Äh, der Maukei kann auch... Oh, okay. Ist wieder. Ja. Ich hab jetzt keine Ward mehr, ne Laura. Ja, kein Problem. Ich hab zwei mit. Ah, gut. Okay. Da sieht man's. Da kann der Bot-Line kommen. Ja. Ein bisschen mehr Commit. Was? Er will die flashtieren. Ah, schade. Hast du noch keinen Red, ne? Sechs Top. Das war so klar. Denn wieder schön die Geister getextet. Oder die im Kaffee gehört. Äh, ich glaub der ist immer noch top. Bin ich sicher. Bin ich mir grad auch nicht sicher. Nice. Das hab ich gar nicht so mit englisch. Dann lauf ich noch weiter hinterher. War ansonsten ganz gut. Hm, ich hätte halt Rocket schießen können. Ich war mir nicht sicher, ob du dann... Ich glaube, dann hättest du überlebt. Ich war mir nicht sicher, ob wir den auch recht so können. Ich glaube. Ja, nee. Der Trash hat... Also ich hätte ja einfach ein bisschen früher mich entfernen sollen von dem Ganzen. Hä, warum hab ich keine Tower-Agro? Was ist das denn? Wann haben die Drache gemacht? Ah. Weißt du nicht mehr, als du meintest, die gehen zum Drake und dann nach das Geräusch, wo ein Drake gekommen ist, als du da langlaufen bist? Nö. Ich hab mir nicht gesagt, dass sie zum Drachen sind. Das war als ich gestorben bin. Als ich gestorben bin, Sven. Als ich von dem Zack gekillt wurde. Da haben die Drake gemacht. Dö. Okay, ich geh weg. Ich hab immer noch eine Rocket, ne? Wenn ihr irgendwie... Jemanden Lowlife sieht. Einfach ping. Ich würde ja ganz gerne den Kha'Zix killen, aber der... Ist ein bisschen... Zu passiv. Der geht mal rein, wenn Dings da ist. Na. Warten wir aber, glaube ich, gewinnen. Ich glaube, den Kha'Zix killen wir einfach instant. Flash is miss. Baukei ist auch grad noch miss. Baukei könnte bitte ganken von der Base aus. Was magst man eigentlich als zweites auf Viktor mit dem Stab? Den W oder den Q? B-Gip macht keinen damage. He. Okay. Oh, sauber. Oh, du hast ja Kekse. Da ist easy. Wir haben sechs gleich, ja. Nope. Ich hatte ja auch schon gelenzt. Also, ich sollte eigentlich nicht auf dem Watch stehen. Denkst du mich rein? Na, ich muss doch flashen. Ey, da braucht die denn so viel damage. Hat die ja auch schon P-Gags und BF. Wtf. So, den One-Shotten? Weil sonst geh ich nochmal rein. Ne, ne, ich hab keine E. Okay. Nein, ich sterbe. Ah, war das dumm. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht flashen konnte. Ich hab eigentlich Flash getrackt. War der noch mega worth? Naja, worth was schon. Aber ich hätte nicht sterben müssen. Keine Ahnung. Ich hab... Ich hab superviele Haudiments bekommen, weil ich den nicht hab gesetten lassen. War ein bisschen bad. Na, ich bin tot. Hast du das Shield? Aber so wie du haben die keine Chance, wenn wir die halt auch eh wegklatschen. Und vor allem die Du One-Shotten ist ja einfach den K-6 in der Zeit, wo er C-Z ist, dann brauchst das. Wie's geflasht, pass auf. Ich kann auch noch flashen. Nice. Verlebt. Okay. Oh, das war eigentlich knapp. Die hat auch Flash raus, pass aber bitte jetzt echt auf. Ja, ich weiß nicht, ich will halt nicht hier weggehen. Bin hinter dir. Wegkommt. Ich hab mir gleich einen von denen. Jetzt kein Schild mehr. K-Z ist da, fuck. Ja, der hat geflasht. K-6. Soweit ich da gesehen habe, ich... Glaube schon. Ich glaube, der hat geflasht. Ja, ich hab's im Augenwinkel irgendwie gesehen, dass er geflasht hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaub schon. Der ist das für ein Damage. Und Seck? Na, Seck macht unter den Damage. Ja. Ja. Plus Cinderhulk. Vor allem, die haben das Jungle-Item jetzt wieder so geändert, dass du wieder Bonus-Helf bekommst, ne? Ne. Das ist echt ziemlich zick. Vor allem auf so Champs wie Nautilus und so, ne? Das ist halt richtig geil. Ja, wirklich, ne? Hätt' den auch wunderbar gegilt. Balanced. Dafür bekommst du keinen CC-Reduction mehr. Der Gegner ist bloß da. Mit den Sorgentöten. Mit den Sorgentöten. Okay. Nicht so der Best-Trade-Ever. Ja, wir können die Bot killen und dann drag-gannen. Ja, ich hab' keine Ult ab. Ja, ich hab' auch wiederholt. Was? Sivi hat auch gerade das Speciesheet benutzt. Ich kann mal den Triangle-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp-Warp. Ne, ne. Wir sind eigentlich, eigentlich müssen wir auf Rush gehen. Sonst kommt direkt die Lantern. Freuen sich nicht. Hat die Säcke gesehen? Äh. Nope. Oh, das war... Oh, Mann! Oh, sorry, Boys, Alter. Das war so bad. Scheiße, Mann. Das kann ich wirklich... Oh, nee! Dieses riesige Schild! Oh! Lol. Holy Shit. Das war gut. Dankeschön. Das war Klose, aber die werden jetzt Drake gehen halt. Ah, Mann. Ähm... Ich gucke, du bist late. Ich habe Drake, äh, ich habe Rocket. Weiß nicht. Laura, kannst du mit Vision gehen? Okay, kein Flash mehr. Ah, close, Alter. Das war richtig close. Das war richtig close. Das war richtig close. Naja. Schade. Aber am Versuch ist es mal wert, so was. Kann sowieso grad auf der Lane nichts machen. Außer Farmen. Wo geht der Kassi? Mhm. Kassi ist hier top-slash. Ja, ist top, der geht schon hier. Ja, ich kann doch nicht weiter pushen, leider. Ich muss endlich, ich kann meinen Maul nicht flaschen. Also, ich hab die P, aber ich kann nicht flaschen lassen. Naja, ist auch grad die P. Ich muss back, meine ich. Ja, ist okay. Flash ist anscheinend sowieso nicht da. Er hat keinen Flash. Dem Mauke. Äh, Sivius miss. Ne, Sivius ist noch da. Warte, der hat sich grad dem Air gegönnt. Ich will mir grad seinen Pink Ward. Ja, ja, ja. Komm nicht. Kann jetzt mal ein Road of Ages stacken, ist gut. Ja, aber ich hab auch für Minute 17 schon relativ viele Stacks. Stack ist hier. Der kommt top, glaub ich. Ja, okay, klar. Krasix zeigt sich gar nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Ich bin jetzt die Krabbe. Krasix ist gerade mit. Boah, diese scheiß CD, Alter. Ja, der ist hier oben. Ich komm auf, dann. Der war gelängelnd. Bin auch. Bin gleich da. Bin gleich da. Star miss. Portlane ist miss. Beide bin ja gar tanky. Alter, ich krieg so... Ne, ich muss weg. Brauch halt keinen Flash. Hast du die Zack ist, denk ich? Sind wir noch das Tage? Ja, ja, klar, ja, ja. Ich sag's bloß. Gönnt euch. Er wird ihn kriegen. Und da kommt der Smite. Also jetzt zumindest ziemlich Scumbag. Krasix ist hinter euch. Ja, Krasix ist hinter euch. Oder hinter Laura. Ja, ich bin schon raus. Aber versuch einfach wegzulaufen. Versuch wegzulaufen. Ach. Achso. Okay. Oh, nice. Du killst den, glaub ich. Ne, er muss flashen. Er stirbt flashen. Fuck. Alter Scumbag. Dafür taxiert er nicht. Oh man, Alter. Alter. Mh, Minions. Oh, lecker. Alter. Alter, als hätte der Krasix gerochen, Alter. Diese scheiß Rocket-Schieße. Oah, Krasix hat meinen Red-Buff studiert. Gute Mitte. Ups. Das war zack. Weil ich hab einen. Ich hab einen. Der ist hier. Hi. Kannst du... Können wir den noch killen hier? Seten? Oder er nicht? Ich geh jetzt base grade. Okay. Ich glaub du kannst auch jetzt... Roam gehen, Laura. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen lehnt sich so darüber freuen. Kannst aber mit mir kommen. Ja, ich bin grade in Loch. Ihr könnt mir Top-Shutter? Ja. Ja. Ich hab mich getroffen, der wird zu mir wehnen. Oh, noch nicht. Ich komm euch entgegen. Speedbar vp. Ja. Ja. Das stimmt. Die kommen auch. Ich hab keine Mana. Oh, ich hab keinen Level bekommen. Jetzt hab wieder Mana. Vorsicht. Ich komm, ich hab ulti. Ich hab ulti. Ich hab ulti. Sivir ist auch hier. Oh, meine ulti ist es so. Krasix. Krasix. Nice. Zack? Zack hat kein Fleisch mehr. Ich hab ulti. 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 Ist ulti. Kann man noch was machen? Ja. Kann ich spin, 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 spin? Nice, 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 nice. Können wir noch? Nice, 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 nice. Können wir noch? Ah, scheiße. Sehr gut. Barron. Ich hab nicht mehr viel Mana. Ich hab aber ein Pink Board. Also Problem ist... Ja, wir können barron in. Also Problem wäre halt ein Teleport vom... Maoka. Aber ich glaub, der hat den nicht. Warte mal. Warte mal. Kennte... mir Hungers holen. Und dann schnell NTB ihn. Warte mal. Ich hab leider gar keine Mana mehr. Du musst tanken, Laura. Laura, du musst tanken. Laura. Ich kann tanken. Pass auf, Laura. Du stirbst gleich. Oi, 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 oi. Das zieht nach einem Quad-Bike. Etwas im Gegner. Wahrscheinlich. Ja schon, da schon, da schon, da schon. Okay, wir haben ihn. Uhhh. Das war... Der Blick war auf dich knapp oder so. Nein, nein, nein. War es noch nicht. Ah, renntag, renntag. Killt die, killt die. Hab den Victor. Oh, Kha'Zix, Kha'Zix! Oh Gott, der fliegt gleich. Ich bin tot. Ah, kein Job. Ja. Totally worth. What the fuck? Okay, jetzt wird's lange nicht mehr so worth. Komm auf. No. Ah, ich bin tot. Ah, nein. Ah, der schöne Baron-Buff. Ah, ich hab noch versucht mit dem Rocket-Launch davon, auf dem Baron-Buff die Schaden zu machen, wie möglich, aber... Sollt grad sogar nicht von grad smiten, bevor... Ja. ...ich tot war. Bevor das war's, ja. Ich hab wieder Ulti ab. Wir können den Drain gleich machen. Ich hab auch gleich Ult. Äh, also ich hab auch Ult. Die haben ziemlich viel MMR. Ja. Ja, ich würd morgen den WhatsApp gleich holen. Naja. War ja... Zu erwarten, dass die viele eher mehr gehen, deswegen muss ich... Oh, nein! Oh, die Krabbe. Hast du es weiter? Hm, ja, aber das würde ich nicht für die Krabbe benutzen. Alles. Die Krabbe. Ich bin da, boss. Ich hab aber keinen Flash mehr. Hä? Hä? Hat der zuerst wieder was, ja? Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Ein bisschen disengagen. Mal okay, mal okay, einfach weg. So lächerlich. Karsix, Karsix bei mir. Neee. Nice. Wen hast du denn? Ja, ganz nah. So, Ferry. Und ob die sind wieder? Oh, egal. Wow. Ich kann höchstens rübergehen zum Smiten. Nee, nee, nee. Geh weg. Geh weg, geh weg. Ihr müsst jetzt abhalten, dass die denn nicht gehen. Oh, wow. Geh ich auf ein Wort drauf. Na kommst du weg. Egal, ich komm mit Homewards. Hauptsache, die machen den nicht. Aufhalten, aufhalten, aufhalten. Aufhalten. Ja, wie? Unlaufen. Nooo. Nein, Mann. Oh Gott. Was hast du jinxled? 27 hast du. Ah, schade. Ja. Oh Gott. Ich hab den Karsix sogar noch getroffen mit dem Zap. Ich dachte, der Dragon killt den noch. Ja, lauf halt den Karsix. Ich hätte halt von der Seite einfach ranlaufen sollen zu zweit. Ja, ja. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Ich hatte ein bisschen Schiss. Wir müssen halt den Dragon stoppen, um euch anzugreifen. Ja. Ja. Kann ich mir Red Buff nehmen oder willst du ihn noch nehmen? Den kannst du haben. Ich bin in den Tank. Okay. Muss ich mir sagen, Maokai W plus Sek. Wombo ist echt nicht Witzel. Naja, wenn die einmal an dir dran sticken, dann hast du echt Arschkarte. Ja, das ist schon nicht gerade schön, was die von Damage machen. Ich hoffe, wir werden nicht aufgehen. Die sind zu zweit. Ich hab Ult. Ich hab Ult. Der Kistauber immer noch. Komm mal. He, ich kratze nämlich. Ah, Lantern. Okay. Karsix Mitter. Kannst du Waveclean in der Mitte? Ja, we can't do it. Ja. Wir kommen, Botlane. Ja. Okay, Karsix dreht um. Ich bin aber überlegen. Meint ihr, es lohnt sich mehr BF, äh, WT oder? Und hierher? Wir haben in unserem Jungle World. Äh, BF. BF noch. Wait, auf was hatten die? Auf mich? Ja, ne, die wollten mich haben. Halt. Ich geb Ace. Äh, Flash ist hier im Jungle Bounce. Ja, die haben den kompletten oberen Jungle gewordet. Ich hab Kromp gemacht und hab gerecalled und da kamen die hin. Das heißt, die haben da irgendwo bisschen. Oh, ja, jetzt wollen sie mich da hin. Oder den Turm einfach nehmen. Oh, nein. Wow, Alter. Was hat denn der Zack? Was war denn da für ein Schaden am Turm, ey? Der Zack hat irgendwie mit dem ersten Hit irgendwie gefühlt. Ja, guck. Oh, ich hab hier ein Problem. Komm. Komm gleich, komm gleich. Hier ein Serious-Problem. Ja, ich glaub, das war's für mich. Alter, der Zack macht aber auch Damage, ey. Ey, das ist ja echt nicht wahr. Der Typ macht mir mehr Schaden als die Sivir. Holy shit. Jo, der hat Wumms. Der kriegt doch auch CC Reduction, wenn er ultet, oder? War das nicht so? Keine Ahnung. Ja, ich glaube. Bin auf dem Weg. Leide ich den Turm? Nein, geht nicht. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab Homeguards. Ich kann da oben hin tippen. Können wir was machen? Ich geh in die völlig andere Richtung. Ich bin da. Ja. Ich geh top lane. Ich geh top lane. Ich geh farm bot. Oh, 700 Gold für einen White Staff. Okay. Ich geh da rein. Schon weiter. Schon weit, aber nicht, ne? Nö. Aber ich leggen wir auf jeden Fall chance of damage. Alter, der Maukel 8,3. Mein Schaden wird auf jeden Fall ultra gering sein gegen die, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin ja am überlegen, ich glaube ich will mir auch eher LW als ein BT, jetzt mache ich echt keinen Damage. Ich verkaufe einen Dorotzer, dann habe ich den Dorotzer. Lass mich, lass mich. Lass mich tot. Na, ich bin tot. Du kommst nicht mehr weg von denen, die sind so mobil. Gerade mit Civil Ulti, das ist so krass. Ich komme von diesen Tanks nicht weg. Ich bedenke, dass sich der Maokai nicht mal ein Rageous Glory geholt hat. Warte. Oh, der Scham. Nein, können wir nicht checken. Ja, dann haben wir es aber verloren. Wenn die den kriegen. Na ja, dann sind die so tanky. So viel Damage, das kannst du dann knicken. Na gut, die werden nicht tankiger durch den... Ne, aber die Tanks machen noch mehr Damage. Das Problem ist halt, ich komme durch denen ihre Frontline überhaupt nicht durch. Die schreddern mich im 1 gegen 1, instant weg. Ja, genau, das ist es. Was? Sivir ist durch... Was? Ja, Sivir ist für Ulti. Ich meine, im Mid-Game ist halt der AD Carry jetzt komplett nutzlos. Ach so, du. Ja, ja, ja. Und dann hast du wenigstens noch ein geiles Ulti mit Sivir. Ja, ja, ja. Na ja. Ne, lass ihn noch fallen. Ja, Sosch ist unter uns. Echt? Wir können Dive, glaube ich. Wenn wir an die Dive wollen, dann haben wir vielleicht mehr Chancen. Der Kha'Zix läuft. Ja, Sivir ist mega low. Ich habe erst so ein 30 Sekunden Ulti. 17 Sekunden Ulti. Der Sekt kommt rein. Aber wir können Finten. Ja, der Kha'Zix ist hier. Vor dem Kha'Zix unten. incentivem Kha'Zix unten. Na ja, ich mach schon. Ihr habt zwei Leute auf den Hand... Oh das. Au, av. Alter, habe ich viel Damage kassiert. Ich habe ein Thornmail und eine Varmox Und Kha'Zix kelt mich trotzdem Seltsam Alter, die machen so viel Damage, man Heil dich, Heil dich, Heil dich! Na, ich bin tot Der Andro-X gespawnt Hast du Glue-Ticket? Ja, gleich Zehn Sekunden Ich komm Die machen den grad Kann man nicht machen, ne? Ich glaub ich steal, oder ich versuch's halt Sag Bescheid wann Hast du Queues auf den Drag? Nee, krieg ich nicht drauf Kommst du da noch raus? Ich hab ein Champion gesmited, herzlichen Glückwunsch Ich hätte ihn eigentlich bekommen Weil er gefehlt hatte Oh Gott, ey Kha'Zix Wieder reingesprungen, musste rausflashen Weißt du, was ich hasse, Chantau Was machst du, wenn du hier stehst, zum Beispiel, ne? Es gibt ja einen Punkt, an dem du locker mit Jinx Rocket reinballern kannst Ja, und wenn ich hier stehe und rechts klicke, dann läuft man ja immer hier hin oder hier hin Und ich kann da nichts machen Ja, du musst dich schon an den Punkt stellen Was? Das war ein Auto, ey Was, alter Hat der auch Righteous? Naja Ach, der hat noch mehr Rissung Mir fehlt aber nicht mehr viel, 300 noch, dann hab ich LW Kommt noch ein bisschen Damage rein Das ist halt so krass, ey Ich hab grad mal 100 AD mehr als Maokai Das ist echt so heftig, ey Oh Gott, ey Hast du bitte? Ich hätte den Drachen echt gehabt, aber... Die Modelle sind aber so groß, dass du... Ja, vor allen Dingen Zeg und Maokai, ne? Wenn die in dir drinstehen, ey, das ist... Die Sivir ist noch top Pass auf, Kha'Zix kommt Oh mein Gott, Kha'Zix ist nix Kha'Zix, Kha'Zix, ja Wir sind auf den Teil, wenn er kommt Ja, die Sivir wird die Totten dann reißen Ja Das wird irgendwie... Es ist so leicht, hier von dem Ding wegzukommen Ah, ich bin frei Der Maokai ist ein Biest Ja, die kannst du nicht töten, ne? Das ist so krass Kriegst du wirklich nie down, ey Oh, die werden uns jetzt diben, Alter Die kannst du jetzt einfach hart engagen, weil... Weil Sivir ist nicht... Also ich kann runter typ gehen, ne? Ich kann runter typ gehen, sie muss umbleiben Oh, die wird sich denn in der Pole Ja, ich hot engage die jetzt gleich Was ist das für ein Damage? Alter, der Damage ist doch nicht real, Alter Ey, der Sek macht mich alleine platt Was zum Teufel, Mann? Alter Das ist echt legit, ey Lull Ey, der macht mir mit Unstable Meta, ne? Macht der mir 700 Das ist echt... Keine Ahnung Der hat gar keine AP, ey Ey, Sek hat immer schon viel Schalen gemacht Ja, bei Unstable Meta, 700 Holy Shit, ey Was macht das denn, Alter? Ein Sunfire einfach Das ist echt Aber ein starkes Sunfire eigentlich Das klopft ganz schön rein Vor allen Dingen zusammen mit dem W vom Sek, ne? Der spammt halt die ganze Zeit den W Ich glaube, das war's, ne? Ne Ne Ja, wird knapp Ne, die haben schon viele Drachen, das ist einfach... Die haben einfach ein gutes Setup Das sind die alle Und die Kontrolle Das war's noch nicht Sag ich ja Alter, kein Jump, oder? Oh, easy Oh, easy Oh, easy Finally is a Toadame Hat ja überhaupt Impact Alter, die haben dieses komische Portal, Alter Weck nicht doch im Arsch, ey Okay, wir schon wieder Was, Kha'Zix? Das bin doch gar nicht so Er troll doch Magic Resist Da hab' gar keine Resistenzen 60 Mal Amor und Magic Resist? Gibt das Ding? No Holy Shit, das ist ja übel Es ist eine ganze Menge Es gibt Ja, aber trotzdem ist es, ähm No full tanks wahrscheinlich gut Ja Na, keine Ahnung, ich hab' jetzt LW, aber Ich glaube, das ist Nicht mehr so viel wert Es ist so traurig Ich kann halt nicht Nicht mal irgendwie Vom Säck weglaufen Oder den ignorieren Weil der mich killt Ich brauch 200 Gold für Ist halt so bitter Ähm Leandris Sieh, wie haben wir da? Ich brauch 200 bis Ages Ich brauch 200 bis Ages Watt, du brauchst das? Ja, ja Gottline wird da auch gleich reinpushen wieder Ja Du hast aber auch schon Damage Ich glaub, wenn du Leandris hast Dann Kommt da schon ordentlicher Schaden Auf die Tanks Die werden jetzt vorpushen wollen, ne? Ja, wir werden's voll Können wir hier irgendwas machen? Ja, ich fülle mich an der Seite Ähm Vielleicht da Wenn der, wenn der kurz resten kann, dann Kha'Zix kommt von der Seite Ja, ich glaub, äh Pelt, du musst unten die Botlane klären gehen Gleich, wenn die reinläuft Na ja Oh ja, jetzt mach ich wenigstens ein bisschen mehr als vorher schon gegen den Mau Ich geh gleich Botlane klären, wenn die kommt Jetzt Geh runter Ich hab keinen Barron, oder? Aber der Kha'Zix, ne? Der macht halt Der Kha'Zix killt mich Der Kha'Zix killt mich Naja, der würde dich töten Na, die... Du kannst einfach mal am Turm bleiben, denk ich Nein Ja, was ist das denn mit, ne? Oh wow Holy shit, ey Ey, es ist echt krass, du kommst durch die Tanks nicht durch, ey Das ist so über Steven, nooo Das ist X-Paker Ah X-Paker Oh no Er hat ein neuer Sound, ne? Vom nächstes X-Paker ist auch geil Das ist wichtig Wichtig, dass da ne neue Animation ist Und so Promo sieht sie nicht so sahnig aus Es ist echt so heftig Es ist echt so krass, ne? Das 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 Problem ist halt Normalerweise kann ich die Tanks ignorieren Aber die Tanks haben mich zerschreddert Die haben mich echt kaputt gemacht Oh wow, und die Siebel hat trotzdem am meisten Schaden gemacht? Alles hab ich nie gerendet Ich hatte auch der Dings, der Maokai Ja, Maokai hätte ich auch gedacht Damage Taken Ey, die Scheiße, ey Das Taken Der Tank Das Tank-Schwein Na, ich hatte ja Warmox und eine Thornmail Und trotzdem sie die irgendwann durch mich durchgegangen hat Ja, der ist auch der Prozentualschaden von Zeg, ne? Der ist ja auch ziemlich heavy Mit seinem Anstelement Ja, der Khazix Der Khazix hat einfach Tons of Damage gemacht Ja, der hat dann schon Last Whisper Und dann, naja Ist ihm das relativ egal Ähm, kräft er nicht an Der hat ja Fähigkeiten Und dann muss er nur durch die Die Rüstung durch Und die ist dann ziemlich leicht für ihn Na gut, dann wollen wir nochmal gucken In der nächsten Folge Ob wir es schaffen, die Romo doch noch zu gewinnen Jo, check die Beschreibung Für die Boys Mit der Beschreibung hier Da so Facebook und YouTube und alles Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Haut rein Haut rein